Möglicherweise ist dieser Campus die Antwort des FC Bayern München auf das, was zurzeit an Transferwahnsinn, an Gehaltsexplosionen draußen passiert. Vielleicht gelingt es uns mit diesem Campus wieder den Vorsprung, den die anderen durch Geld aus dem Nahen Osten, aus Russland, wo auch immer, hier uns gegenüber haben, auszugleichen durch geschicktes Taktieren, durch die Ausbildung von großen Talenten. Und hier haben wir die Möglichkeit, das viel besser zu machen als in einer Segenstraße, wo wir ja, wie wir alle wissen, wo alles aus allen Nähten geplatzt ist. Ich bin überzeugt, dass wir hier die richtige Antwort auf diese Entwicklung im internationalen Fußball geben können, nicht müssen. Aber es gibt eine Möglichkeit, hier wieder diese Alabas, diese Schweinsteigers, diese Lambs, diese Thomas Müllers, diese Toni Kroos, der ja auch hier groß geworden ist, wieder auszubilden.